Ich habe nichts zu essen zu Hause. Ich muss einkaufen gehen im Supermarkt. Zuerst werde ich die Einkaufsliste machen. Ich muss Kopfsalat kaufen. Ich möchte auch Knoblauch und Linsen kaufen. Ich denke, ich werde auch ein paar Gurken mitnehmen. Ich brauche Kartoffeln für das Abendessen. Ich brauche Kartoffeln für das Abendessen. Ach ja, Paprika. Die sind auch lecker. Ach ja, Paprika. Die sind auch lecker. Zwiebeln sind wichtig beim Kochen. Ich nehme ein Netz. Zwiebeln sind wichtig beim Kochen. Ich nehme ein Netz. Tomaten sind wichtig für Soßen. Tomaten sind wichtig für Soßen. Ich liebe Mais. Ich liebe Mais. Auberginen mag ich auch sehr gerne. Auberginen mag ich auch sehr gerne. Ich sollte auch noch ein paar Pilze für das Abendessen holen. Ich sollte auch noch ein paar Pilze für das Abendessen holen. Ein Kopf Blumenkohl wäre auch gut. Ein Kopf Blumenkohl wäre auch gut. Artischocken und Zucchini sehen frisch aus. Artischocken und Zucchini sehen frisch aus. Ich mag grüne Bohnen. Ich mag grüne Bohnen. Radieschen und Möhren sind sehr gesund und lecker. Radieschen und Möhren sind sehr gesund und lecker. Ich denke, ich habe genug Gemüse jetzt. Ich denke, ich habe genug Gemüse jetzt. Pflaumen und Pfirsiche sehen reif aus. Obst ist eine gute Wahl für meine Gesundheit. Jetzt möchte ich viel Obst kaufen. Jetzt möchte ich viel Obst kaufen. Ich esse gerne Heidelbeeren und Himbeeren. Wassermelone ist sehr erfrischend. Wassermelone ist sehr erfrischend. Ich trinke gerne Orangensaft. Ich trinke gerne Orangensaft. Im Sommer trinke ich auch gerne Limonade. Im Sommer trinke ich auch gerne Limonade. Mein Lieblingssaft ist Mangosaft. Mein Lieblingssaft ist Mangosaft. Ananas ist meine Lieblingsfrucht. Ananas ist meine Lieblingsfrucht. Die Weintrauben sehen süß aus. Ich nehme eine Hand voll. Die Weintrauben sehen süß aus. Ich nehme eine Hand voll. Birnen sind sehr gesund. Ich liebe Erdbeeren. Ich kaufe eine Schale. Ich liebe Erdbeeren. Ich kaufe eine Schale. Mein Lieblingsgemüse ist Brokkoli. Aprikosen und Kiwi sind auch sehr schmackhaft. Kirschen schmecken köstlich. Kirschen schmecken köstlich. Orangen sind saftig. Ich kaufe eine Tüte. Orangen sind saftig. Ich kaufe eine Tüte. Ich esse gerne Bananen zum Frühstück. Ich esse gerne Bananen zum Frühstück. Am Arbeitsplatz esse ich gerne Äpfel. Am Arbeitsplatz esse ich gerne Äpfel. Müsli und Joghurt sind für mein Frühstück wichtig. Müsli und Joghurt sind für mein Frühstück wichtig. Ah, fast vergessen! Eier für das Frühstück. Ah, fast vergessen! Eier für das Frühstück. Ich brauche Eier, um Rührei zum Frühstück zu machen. Ich brauche Eier, um Rührei zum Frühstück zu machen. Zum Frühstück esse ich gerne Brot mit Butter und Marmelade. Auch Kaffee und Zucker darf ich nicht vergessen. Auch Kaffee und Zucker darf ich nicht vergessen. Ein paar Snacks wären auch gut. Vielleicht Chips oder Nüsse. Ein paar Snacks wären auch gut. Vielleicht Chips oder Nüsse. Ich hätte fast vergessen, Käse zu kaufen. Milch ist notwendig für Müsli und Kaffee. Milch ist notwendig für Müsli und Kaffee. Ich brauche Rinderhackfleisch, um Burger zuzubereiten. Ich brauche Hähnchenfleisch für heute Abend. Ich brauche Hähnchenfleisch für heute Abend. Ich möchte auch Fisch kaufen. Vielleicht Lachs oder Sardinen. Ich möchte auch Fisch kaufen. Vielleicht Lachs oder Sardinen. Ich denke, ich werde heute Abend Würstchen kochen. Ich nehme sowohl Olivenöl als auch Sonnenblumenöl mit, um verschiedene Gerichte zuzubereiten. Ich nehme sowohl Olivenöl als auch Sonnenblumenöl mit, um verschiedene Gerichte zuzubereiten. Ich benutze Olivenöl für Salate und Sonnenblumenöl zum Braten. Ich benutze Olivenöl für Salate und Sonnenblumenöl zum Braten. Konserven wie Bohnen und Erbsen sind immer gut für schnelle Mahlzeiten. Ich sollte an Gewürze und Kräuter denken, um die Mahlzeiten aufzupeppen. Ich sollte an Gewürze und Kräuter denken, um die Mahlzeiten aufzupeppen. Vielleicht sollte ich auch an Dessert denken, Eiscreme oder Schokolade. Vielleicht sollte ich auch an Dessert denken, Eiscreme oder Schokolade. Lass mich überlegen. Was brauche ich noch? Ah, Reis! Lass mich überlegen. Was brauche ich noch? Ah, Reis! Die Nudeln sind aufgebraucht. Ich sollte eine neue Packung kaufen. Die Nudeln sind aufgebraucht. Ich sollte eine neue Packung kaufen. Ich habe noch genug Mehl zu Hause, aber zur Sicherheit nehme ich eine Packung mit. Ich habe noch genug Mehl zu Hause, aber zur Sicherheit nehme ich eine Packung mit. Brauche ich noch Reinigungsmittel wie Waschmittel und Spülmittel? Brauche ich noch Reinigungsmittel wie Waschmittel und Spülmittel? Ja, ich brauche Waschmittel und Spülmittel. Ich denke, ich brauche auch Zahnpasta und eine Zahnbürste. Ich denke, ich brauche auch Zahnpasta und eine Zahnbürste. Ich habe vergessen, Toilettenpapier zu kaufen. Ich habe vergessen, Toilettenpapier zu kaufen. Shampoo und Duschgel sind fast leer. Ich muss neue kaufen. Bevor ich gehe, schaue ich mir noch die Sonderangebote an. Bevor ich gehe, schaue ich mir noch die Sonderangebote an. Ich glaube, das war alles. Jetzt kann ich zur Kasse gehen. Ich glaube, das war alles. Jetzt kann ich zur Kasse gehen. Ich habe viele Dinge gekauft. Ich habe viele Dinge gekauft. Dieser Einkauf war sehr teuer. Dieser Einkauf war sehr teuer. Ich mag es nicht, Plastiktüten beim Einkaufen zu verwenden. Ich liebe es, im Supermarkt einzukaufen. Ich kaufe immer gesunde und frische Lebensmittel. Ich kaufe immer gesunde und frische Lebensmittel.